Ich begrüße Sie zur ZIP um 13 Uhr. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet erneut einen neuen Rekord bei den Corona-Infektionen. Weltweit haben sich binnen 24 Stunden etwas mehr als 292.500 Menschen angesteckt. Genau ein halbes Jahr, nachdem die WHO wegen Corona eine internationale gesundheitliche Notlage ausgerufen hat. Besonders schlimm ist die Situation in den USA, in Indien, Südafrika und in Brasilien. In Brasilien wurden mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Tatsächlich dürften die Zahlen aber noch weit höher sein. Immer noch wird zu wenig getestet. Doch für Präsident Jair Bolsonaro ist das noch immer kein Grund für strengere Corona-Maßnahmen. Daran ändert auch seine eigene Infektion, die anscheinend überstanden hat, nichts. Er geht davon aus, dass sich fast jeder in Brasilien irgendwann mit dem Virus anstecken wird. Warum also die Wirtschaft durch einen Lockdown schwächen? Um die heimische Wirtschaft zu unterstützen, startete Japan eine Kampagne für einen Urlaub im eigenen Land. Doch durch das viele Reisen ist die Anzahl an täglichen Neuinfektionen nun höher als beim Höchstwert im Frühjahr. Wir beobachten die aktuelle Situation mit erhöhter Aufmerksamkeit. Besonders hoch sind die Zahlen in der Hauptstadt Tokio. Das berühmte Kabuki-Theater, das heute nach der Corona-Pause wieder geöffnet hat, befürchtet einen weiteren Lockdown. Wenn es neue Auflagen von der Regierung gibt, dann müssen wir uns natürlich daran halten und dementsprechend die Aufführung adaptieren. Je nach Situation kann es auch dazu kommen, dass wir wieder schließen müssen. Auch in Europa steigt die Anzahl an Corona-Neuinfektionen an. In Deutschland nähert sich die Zahl der täglichen Neuentsteckungen wieder langsam der Tausender-Marke. Zuletzt wurden deswegen auch neue Regeln für die Einreise bestimmt. Die Anzahl an Corona-Neuinfektionen an.